Herzlich willkommen zur Einführung in die Laborveranstaltung Zugversuch. Der Zugversuch zählt zu den zerstörenden Prüfverfahren und wird angewendet, um mechanische Kenngrößen und das Bruchverhalten von Werkstoffen zu ermitteln. Zur Versuchsvorbereitung werden die Proben, die sogenannten Proportionalitätsstäbe, vermessen und markiert. Weitere Werte, wie zum Beispiel der Querschnitt, werden berechnet. Da es sich um verschiedene Materialien handelt, sollten Vorüberlegungen getroffen werden, welchen Kennlinienverlauf man im Diagramm erwartet, was während des Versuchs zu beachten ist und welche Messwerte aufgenommen werden müssen. Zur Aufnahme der Kennlinie steht eine Software bereit, die über ein Wegmesssystem die Längenänderung und Zugkraft aufnimmt. Zur Auswertung des Versuches und zum Ausfüllen des Datenblattes werden die ausgegebenen Werte notiert. Abschließend werden die fehlenden Werte des Datenblattes berechnet. Viel Erfolg und Spaß bei dem Laborversuch!